Grüß Gott, mein Name ist Markus Bühler von Lebenstraummobilien. Heute stelle ich Ihnen ein Einfamilienhaus in Alturm Münster vor. Wenn Sie auf der Suche sind nach viel Platz für die Familie, nach einem Swimmingpool, nach einer Sauna, nach einem uneinblickbaren Garten, dann sind Sie hier genau richtig. Begleiten Sie mich auf einen Rundgang und lassen Sie sich verzaubern. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.